Ich kann dir nicht sagen, wie viel Zeit uns noch bleibt Bis die Diktatur unsere Freiheit entreißt Live dabei auf dem Weg Richtung Sklaverei Doch sie wollen lieber Schläger auf der Straße sein Reden was von Gangsters, Kachbars und AMG Ich spür den kalten Wind nachts durch die Gassen wehen Das System hält uns fest im Griff Und fast alle schweigen, wie lächerlich Wo sind jetzt die harten Typen, die den Staat ficken, Seele verkaufen Kids in das Grab schicken, Nachrichten Werden immer schlimmer, wohnhaft eingesperrt in unseren Zimmern Du bist ein Spinner, wenn du irgendwas in Frage stellst Halt die Klappe, weil man dich sonst für nen Nazi hält Lieber sterb ich eines Tages für die Wahrheit Person an und Krater und Staatsweind Du bist ein Spinner, wenn du irgendwas in Frage stellst Halt die Klappe, weil man dich sonst für nen Nazi hält Lieber sterb ich eines Tages für die Wahrheit Person an und Krater und Staatsweind Wie kannst du schweigen, wenn Unrecht geschieht Island wird wieder zu nem dunklen Gebiet Du verbiegst dich dafür, dass du deine Ruhe hast Während du dich gleichzeitig zu einer Hure machst Oh wie krass, jemand der was Wahres sagt Nein, ich bin nicht auf Linie mit Vaterstadt Meinungsfreiheit steht doch im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1 Und was jetzt? Kritiker werden als Leugner diffamiert Dass so etwas funktioniert, kann ich bis heute nicht kapieren Teufelig, was hier passiert Mach den Mund auf Sonst bist du am Ende mit Schulter ran Punkt aus Du bist ein Spinner, wenn du irgendwas in Frage stellst Halt die Klappe, weil man dich sonst für nen Nazi hält Lieber sterb ich eines Tages für die Wahrheit Person an und Krater und Staatsweind Du bist ein Spinner, wenn du irgendwas in Frage stellst Halt die Klappe, weil man dich sonst für nen Nazi hält Lieber sterb ich eines Tages für die Wahrheit Person an und Krater und Staatsweind In einem Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen spricht sich die Gruppe für eine Neuordnung der Weltpolitik aus Wenn wir eine wirkliche Weltordnung haben, eine globale politische Ordnung Dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben Wenn wir erfolgreich sind, dann wird die Klappe eine neue Ordnung für die Jahrzehnte Eine neue Ordnung für die Jahrzehnte, für die Jahrzehnte, für die Jahrzehnte Dies wird die Zeit, weil man wirklich braucht, um China in der Kreation Eine neue Weltordnung, eine neue Weltordnung Die Affirmative task we have now is to actually create a new world order